Sandra kommt gleich zu mir nach Köln und ihr seht es bereits im Titel eingeblendet, denn das heutige Video endet, sobald sie mich beleidigt. Sie weiß von nichts, sie weiß nicht, dass ich sie direkt filmen werde, wenn sie gleich im Treppenhaus hochkommt. Von daher, let's go! Was? Was ist das für ein Wut? Den hab ich neu gekauft, für 10 Euro! Neuer Fisch, hier mit Kippen drin. Mega wehe, du! Ich bin am Schlitz, das lauf mir kein Schwein, ne? Digga, verpiss dich hier erstmal, alter. Ciao! So richtiges Arschloch bist du, Digga.